Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Command & Conquer Rivals. So, der zweite Tag ist heute. Mal gucken, wie es weitergeht. Beim letzten Mal hatten wir ja das Tutorial fertig gespielt und jetzt sollen die ersten echten Gegner auf uns warten. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Die Belohnung hat mir, glaube ich, kassiert. Ich gucke jetzt mal. Achso, hier war ich. Hier könnte ich zocken. Jetzt können wir, glaube ich, noch was aufwerten. Ich glaube, die Gelegenheit nützt sich noch mal. Okay. Das kostet 30. Na gut, nun baue ich es relativ schnell. Ich glaube, ich probiere es noch mal. Ich glaube, ich level ihn noch mal auf. Aber da gibt es fünf Gesundheit dazu und einen Angriff. Und bei ihm... Na, ist jetzt nicht so da drüber. Einheit ausgebildet. Einheit ausgebildet. Ich probiere es einfach mal. Einheit ausgebildet. Und ich kann die gleich upgraden. Alles klar, prima. Einheit ist aufgestiegen. So, die 60 ist mir ein bisschen teurer. Und... Einheit ausgebildet. Einheit ausgebildet. Einheit ausgebildet. Einheit ausgebildet. So. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Bushi. Alles klar. Drei. Zwei. Eins. Neues Ziel erhalten. Gebäude online. So, erstmal einen Sammler bauen und dann gleich ein paar Einheiten losschicken. Einheit bereit. You got it. Einheit bereit. Einheit bereit. I'm on it. Einheit bereit. Rifleman ready to move out. Verteidigung online. Einheit bereit Gebäude online Einheit verloren Verteidigung verloren Einheit bereit Atomrakete abgefeuert Okay, die erste Atomrakete haben wir schon mal fällt Verteidigung online Einheit bereit Warum kann ich so langsam bauen, das verstehe ich nicht so ganz Verringert sich die Geschwindigkeit, was ich bauen kann Anhand meiner Einheiten, die ich bereits habe Ich weiß es leider nicht so ganz Verteidigung verloren Einheit bereit Verteidigung online Und die zweite Atomrakete ist in Fade Und das war es gewesen Feindliche Basis zerstört Ja, so langsam komme ich hier rein in das Spiel Aber ich muss jetzt mal noch rausfinden Auftrag abgeschlossen Je mehr Einheit ich auf dem Feld habe, umso langsamer ich baue Das ist nochmal rauszufinden in den nächsten Episoden Der Treibstoff, den du in Schlachten erhältst, dient der Anforderung von Kisten Aha Okay Kiste anfordern Konvoi angefordert Ach, okay, da dauert es 7 Stunden bis ich dann so eine Kiste bekomme Okay Ich schließe die Aufträge ab, um die Kiste zu erringen Achso Dann kriege ich die dann alles klar Ich glaube, wir können jetzt erstmal nichts machen Die Einheit könnt ihr noch aufleveln, was tun wir? Einheit ausgebildet So, jetzt fehlen hier noch zwei Karten, dass ich den komplett nochmal aufleveln kann auf Stufe 3 Ah, die Belohnung erhält Ach, die Belohnung war es noch Okay, alles klar Ja, da kann ich hier nochmal was levyen Und zwar Hm, der ist schon auf Max Okay Das wird eher auf Infanterie gehen, weil die bauten ja wirklich so schnell fahre Besonders Besonders nicht Einheit ausgebildet Die baue ich ja so schnell Verwendet Treibstoff, damit die Kiste schneller geliefert wird Nee, das mache ich nicht Also, ähm Solange ich so wenig Treibstoff habe, benutze ich davon nichts Beschleunig zunächst dann Ach, ich wollte das doch nicht machen Mann Ja, das blöde Tutorial gibt das leider vor Da kommt man nicht drum herum Gut Machen wir mal weiter Snacken wir uns mal die nächsten Dinge Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik erst, weil die Infanteristen, äh, zu beginnen Neue Mission erhalten Gebäude online Einheit bereit So, ich hab ja Geld Also, ähm Einheit bereit Darauf muss ich ja erst mal nichts zu holen hier Ich seh's da unten links die Anzeige, da wird ja so viel produziert Einheit bereit Verteidigung online Ja, du kannst von mir aus den da oben einnehmen, das interessiert mich überhaupt nicht Einheit bereit Ich mache ja mehr Geld, als ich, ähm Als ich ausgehe und da habe ich noch nicht meinen Sammler Verteidigung verloren Ich werde jetzt einfach den Gegner zu spammen Bevor wir uns heraufkommen Hier gibt es auch noch gerne hier Einheit verloren Einheit bereit Das Gebäude kann man auch angehalten Leading the way Charge Oh, hoa Leading, let's gun him down Verteidigung online Charge Einheit verloren You got it Oh, we've got this Tatel, leading the hoa Reporting Let's gun him down We've got it Oh, Tatel, we let's gun him down Da kommt er dann einfach nicht mehr raus Da kann er gar nichts machen Verteidigung verloren Atomrakete abgefeuert Und schon warst du Mission abgeschlossen Ich versuche einfach, dass der Gegner gar nicht erst rauskommt Da habe ich die ganzen taktischen Probleme gar nicht Ähm Ich spamme einfach seinen Spawn zu Und da kann er gar nichts machen Es sei denn, er würde in meiner Einheit bauen Nicht stark gegen Infantil Aber scheint wohl nicht so So, Belohnung 2500 XP Wow Das ist bestimmt verdammt viel Nehmen wir einfach mal die Küste 30 Credits Das ist jetzt nicht so viel Aber ich nehme mit, was ich kriegen kann Oh Predator-Panzer Nice Nice, nice, nice Reno 354 Oh, was ist das denn? Schocken-Truppe Der ist stark gegen Infanterie und Gebäude Okay Du wurdest befördert Eine Belohnung für den Levelaufstieg Mal gucken, was wir da hinten kriegen 100 Credits Kann ich mal gebrauchen Und die Infanterie Einheit Oh, sogar 5 Stück davon Das ist gut Das ist doch nicht schlecht Das nämlich gerne wird Ich lebele einfach wirklich ihn auf Weil ich spanne ihn ja wirklich Ich muss gebrauchen ihn nochmal heute Einheit ausgewählt Er lässt sich am schnellsten bauen Und dann werde ich das definitiv nutzen ihm auf die höchste Stufe zu kommen Oh, nur 10 Einheit ausgewählt Das gönne ich mir definitiv Einheit ausgewählt Einheit ausgewählt Ist zwar stark nur gegen Fahrzeugen Die Bände, das haben wir nicht so häufig gebaut Aber was ich habe, hatte ich genau Belohnung erhalten Da haben wir noch ein paar Credits bekommen Da kann ich ja noch eine Einheit aufwerten Ähm Ja, eine Raketentruppe Einheit ausgewählt Ähm, nein möchte ich nicht kaufen Dankeschön Achso, ich kann nur noch zwei Objekte hinzufügen Ob ich die baue oder nicht Ähm Ist hier eine Sache Kann ich hier noch was vereinbaren? Die Kommande kann man auch nochmal später wechseln Okay, ja Ich kann nur sehen, wo man sie Na gut, alles klar Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert Drei Zwei Eins Neues Ziel erhalten Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Verteidigung online Okay, jetzt habe ich doch mal ein Geldbezonen getraut Das würde ich ja auch vom Sammler werden Verteidigung verloren Einheit atomarer Gefechtskopf abgefeuert Einheit bereit Einheit verloren Einheit bereit Einheit bereit Einheit verloren Gebäude online. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Okay, das ist gar nicht so einfach dieses Mal. Verteidigung online. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Okay, das ist dieses Mal einfach so easy. Einheit bereit. Verteidigung online. Einheit verloren. Einheit verloren. Ein Atomwaffe abgefeuert. Nein, scheiße, jetzt habe ich, oh verdammt geackt. Hat beträchtlicher struktureller Schaden gemeldet. Okay, das ist dieses Mal, glaube ich, ein bisschen jetzt gepennt. Einheit verloren. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Panzerbauen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Panzerbauen. Okay, ich bin ja gerade echt nur um Stellungskritt. Da oben, da sieht es echt schön aus für mich. Verteidigung verloren. Die müssen aber immer wieder einzeln auswählen, weil sie es so merkwürdig machen. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, ich habe so noch einen Punkt. Verteidigung online. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. Komm, 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 komm. Einheit verloren. Einheit verloren. Oh, jetzt darf ich. Boah, jetzt bin ich aber echt kurz. Nein, wir müssen noch die Langemuster... Nein, 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 ich hab's da kap. Das gibt's nicht, ey. Ich hab's echt verloren. Mission gescheitert. Boah. Boah. Leider der Panzer sind gut gegen die Geschichtseinheiten, die... Ja, ich hab doch die Panzer schon gebaut. Boah. Das gibt's doch nicht. So, jetzt... Okay, okay, also jetzt... Das lass ich nicht auf mehr sitzen. Ich muss schneller die Panzer gleich bauen. Schlachtfeldkontrolle wird initialisiert. Ich muss gleich diese Panzer bauen. Drei, zwei, eins. Neue Mission erhalten. Einheit bereit. Take Division, awaiting orders. Einheit bereit. Waiting on, moving out. Ready for target zone, confirm. Wheels are taking them down. Einheit bereit. Einheit bereit. Yes, tank is full. Machine gun, lock and load. Reporting, let's get them. Einheit bereit. Taking them down. Running and... Come on it. Ich glaube, das habe ich jetzt wieder... Einheit bereit. Ich habe ihn aber zu sehr, ähm... Ja, zu sehr, zu sehr ins Hintertreffen geraten. Eben. Ich habe die obere Seite komplett liegen lassen. Beziehungsweise komplett verloren. Uh, diesen Rückstand, den konnte ich auch nicht wieder aufholen. Verteidigung online. Und jetzt kommt der Gegner zum Beispiel nicht wieder raus. Einheit bereit. Verteidigung verloren. Und jetzt habe ich kein Problem, ihn fertig zu machen. Verteidigung online. Einheit verloren. Atomwaffe abgefeuert. Das ist echt, du bist gleich am Anfang richtig, richtig Gas geben, dann... Dass du gleich den Gegner dominierst. Ziel abgeschlossen. Diesmal hat das wunderbar funktioniert. So. Geht doch. So. Äh, was bekommen wir als Belohnung? Bekommen wir irgendwas? Ne, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber wir können noch ein Upgrade machen. Ähm, du bist Stufe 2. Du gehst im Moment nicht höher. Den haben wir schon auf Max. Ähm. Wollte ich sagen... Komm. Einheit ausgebildet. Gut. Gut. Alles klar. Da würde ich sagen, reicht erstmal für heute. Und würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass gern ein Like da. Lass gern ein Abo da. Ich werde jetzt noch ein paar Videos demnächst von diesem Spiel machen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Ja.